Ein großer Feuervogel. Vinnbar was also bound to the mountain. It is no doubt the path he has chosen to follow. If I understand correctly, the Donegard are metamorphed differently according to the place they are bound. Yes. The Senolmenawi bind them to a specific place, and in return they become the Guardians. But how could a Guardian of the Plains resemble a Guardian of the Mountains? Do you believe that Vinnbar is readying himself to undergo this transformation? I thought it was a very slow process. For some, it takes years. At least this is what is said. For others, it might take place the very moment where the Donegard surrenders to Enon Milfrichtemen. I hope only to have the time to bid him farewell. Samen-zu-Berg-Pforte. Given how well hidden this seed was, it must open an important passage. All we have to do is find out which. Oh. Ich weiß, dass wir schon mal vor einer Passage standen. Wo wir nicht reingehen konnten. Wo uns der Samen fehlte. Ja. This mural is also ancient. It seems to show a doorway into the mountain. This door appears to be in front of a circle of stone. There are two altars and two seeds. The Donegada seals certain sacred places with root doors. Yes, I've run into similar barriers. It's all a matter of finding the right seed. But here, there are two that seem to be different. For one, the flower motif seemed to indicate which plant is required. This is possible. The Caverns of Knowledge are used to initiate and transmit the knowledge of the Donegada. This painting must teach the younger how to reach the sacred place where they will bind themselves. In that case, shouldn't there be an illustration of the second plant? The initiates also learn by listening to their masters. I see there only one Samen and one Podest. Alles Lügen, ey. Keine Lust, ein weiteres Wandgemälde zu meinen, die Entwickler. Das zerstört meine ganze Immersion gerade. In this one, we see a sacred site with raised stones. And behind the face of the volcano, we also see the path that leads there. Like some sort of schematic. This must certainly be the path the young apprentices must walk. And the Donegada that are prepared to surrender themselves to Enonmilfrichtmen. Do you recognize the place where the entrance can be found? I think so. It looks like the grotto that lies to the northwest of our village. With all that we've learned from studying these paintings, we should be able to find Vinbar. I just hope there's still enough of him left to answer us. What do you hope to ask of him? We hope that he will agree to take us into the sanctuary of Dorhad Genedou. What do you hope to ask of him? Why would the Ranaik say? It matter or not. My head spins. I will wait for you outside. Please, go ahead. We will join you shortly. Sarah is upset and I don't think that she trusts us. We should hurry and catch up to her. This door is locked. Sarah has put us in a very tricky situation. She did not want us to find Vinbar. Come, these caves after me, Sarah will be saved. Oh, die hat uns eingesperrt, die doofe Kuh. Vor allem, wie kam die so schnell raus? Als wenn ich irgendein... ...ein normaler Ranaikse wäre. Ich bin der beste Ranaikse der Welt. Aber sie hat mir auch verraten, wo ich die Höhle finde. Aber sie hat mir auch verraten, wo ich die Höhle finde. Ah, sehr schön. Wir können hinten übers Lagerfeuer ziehen. Was ist denn hier passiert? Hier ist ja alles voll mit Fallen. Die habe ich aber nicht aufgestellt. Diese Traps waren nicht hier, als wir mit Sarah mit Sarah gingen. Sie muss sie haben gesagt, dass wir sie nicht können, zu folgen. Lass uns loslegen. Und finden wir diese Passage zu den Nordrhein-Mountain. Bevor sie entscheidet, uns direkt zu kämpfen. Moment, wir nehmen erstmal alle Pfeilen mit. Lieber Yordlepower im Chat, ich bitte dich darum, hier nicht beleidigend zu werden. Ich weiß nicht, was du meinst mit, dass ich ein Lüger bin. Ein Lügenbaron. Ich bin des Deutschen mächtig, weil jeder weiß, der Sinn des Lebens ist, richtig Deutsch sprechen und schreiben zu lernen. Schönen guten Abend, Klaus. So, von hier aus einfach nach Norden. Ja, wenn wir das anspielen, wird es jetzt darauf, ob wir Ghost Recon spielen oder nicht. Das machen wir am Donnerstag. Donnerstag ist der früheste Zeitpunkt, wann überhaupt drei Leute von uns können. Wir können ja Borderlands weitermachen. Ich möchte gerne Greedfall fertig haben. Beziehungsweise Greedfall auch mal irgendwann durchgespielt haben. Oh, ich habe die Taste für Gehen gefunden. Nach 36 Stunden. Aber ja, Borderlands haben wir nicht fertig gespielt, auch wenn es ein gutes Spiel ist. Aber ich dachte auch so ein bisschen in der Hinsicht, dass vielleicht sollte man lieber ein paar Patches abwarten. 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 Your magic running low, take a potion. Wieder ein Steinrätsel. Aber so konnte ich nur machtlos zusehen, wie mein Freundchen abstürzte. Verflucht sei diese Expedition. Das ist die allererste Nachricht, die wir vom Professor finden. Das ist der Ort, der auf dem Mural in der Kaffee der Knowledge bezeichnet wurde. In Wahrheit, Vinbar hat nicht lange vor dieser Passage durchgeführt. Yeah, noch mehr Fertigkeitspunkte. Bombe, gesalbte Waffe. Na? Jetzt kann ich auch Fallen aufstellen. Obwohl, ob ich das irgendwie brauche. Ich fand es eigentlich interessanter, dass wir als nächstes bekommen, wenn wir nochmal zwei Fertigkeitspunkte haben. Nämlich die Granate zu benutzen. Guten Abend, Donlok und Katgur. Lass mich raten, das ist hier voll eine Stärkeprüfung. Wenn ich darüber will. Ah, sehr gut. Aber ich habe ja Stärke 1. Juhu! Und in der Kiste ist nichts Besonderes. Danke, aber wenn ich alles so geliefert um das, hier in den Kiste Dit exoticieren möchte, Man ton sulph Jamie, St Hoger Inn, wie immer eine 8-2-3-4-7-7-6-7-7-6-6-7-7-6-6个-6-6-7-6-7-7-6-7-7-7-7-6-6-6-6-7-3-7-9-6. Not потом. None Yea, sehr gut. Ich habe ja tun diese These two oder weniger gerek. Ach, verdammt. Okay, das bringt nichts. Da müssen wir doch kämpfen. Es geht jetzt nicht darum, dass die irgendwie zu stark werden oder sonst irgendwas. Ich wollte halt eigentlich nur niemanden töten auf dem Weg. Ach, hier hätten wir durch Stärke wahrscheinlich hochklettern können. Gibt es ja auch. Genauso wie hier. Ah, ne, unmöglich zu erklimmen. Die Ankündigung von Humankind habe ich mitbekommen. Das war zur Gamescom-Zeit selbst. Und ich habe Humankind auf der Gamescom auch gesehen. Aber ich kann euch darüber nichts sagen. Reicht das als Aussage, Katkur? Keine Sorge, ich habe den Markt sehr gut im Blick. Äh, das ist das, was du... Ich habe einfach bei GameStar die Ankündigung, obwohl ich ungern auf GameStar halt verweise. Aber die haben ja eine Ankündigung gemacht und da wird ja genau erklärt, was es ist. Ist schon das, also etwas, was in die Sif-Richtung geht. Und ist ja auch beabsichtigt. Sie wollen den Primus angreifen mit eigenen Ideen. Hm. Hat die gefügelte Bestie die Forscher angegriffen? Okay. Kampf ist nur was für die Schwachen. Verdammt, es gibt aber keine andere Möglichkeit hier, wenn ich das richtig sehe. Okay. Okay. Das war's für heute. Ach, ist egal, ob ich was töte oder nicht. Upsala, Entschuldigung, Hund. Ich habe nicht gesehen, dass du auf dem Boden liegst. Lass uns hier oben den Zwischenwächter auch wegnehmen. So wie immer, weil ich alles gemacht habe, durchgehend von Nebenquests und so weiter, bin ich glaube ich zu mächtig. Ich darf nicht weiter schauen, bin bei Folge 24 oder so. Ja, wir sind auch gerade am Mainquest dran, vielleicht solltest du dann nicht gucken. Weil wir halt jetzt schon sehr weit sind. Hm, Höhle der Weisheit und nur Knochen davor. Abo dalassen und abschalten. Ich schaue gerade nur. Nicht, dass ich irgendwas übersehe, was irgendeinen Wert hat. Darunter hüpfen, nein. Dann... Hüah! Morgen bin ich übrigens nicht da abends. Ich muss morgen auf den Geburtstag fahren. Wunderschöne 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 Sie sind großartig. Wie kann sie sie verloren haben? Wunderschöne 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 Er wird bald ein Garten der Böden. Ich hoffe, ich muss Vinbar nicht bekämpfen. Wo siehst du denn die Riesenfedern? Ach, da. Sieht aus für mich eine normale Adlerfeder. Rabe. Soll es auf die Riesenfedern? Was ist für mich? Ich brauche ein bisschen practice, ich brauche ein bisschen practice. Ah, Stärke 3. Dass alle Notizen von dem vielleicht hier in diesem letzten Abschnitt sind. Ah ne, ist ja in unterschiedlichen Gebieten. Nur hier scheine ich die mal besser zu finden, als in den anderen Dingern. Ah, Stärke 3. 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 Oh, sie will mit uns sprechen. Siora. Hm. Na toll. Sie ist weg. Sie werden uns nichts sagen. Mein Kind. Wir haben eine größere Aufgabe in der Hand, als zu finden, diese Frau zu finden. Dein Freundin ist noch verabschiedet und muss in großem Gefahr sein. Ja, das ist wahr. Wir müssen Konstantin finden. Der High-King kann warten. Ja, nicht nur der High-König kann warten, sondern wir sollen ja auch erstmal Siorona... Mein Gott. Jetzt habe ich den Namen verdrängt. Siora. Bei der Beerdigung ihrer Mutter, das kann ja jetzt nicht die Welt sein. Also, ja, kacke, aber es kann halt nicht ewig lange sein. Ich biete ja nur meine Hilfe an und dann werden die sagen, okay, geh in den Walz, pflanze eine Blume und gut ist. Ja. 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 Okay. Das war's für heute. We are approaching Vosrigan. This is where I will perform, dear Ichu. This serial man has been the fun of us in the past. It must be... Erzähl ruhig weiter, während ich die einheimischen Tiere dezimiere. Der Schrecken der Monster. Töte 600 Monster. Da siehst du schon mal, wie viel ich davon umgenietet habe, ey. Gerade Archivement bekommen. Ach, hier. Da muss man warten, auf das ich alle kriege. In that case, we have no choice but to destroy their nests. Otherwise, they'll just keep coming back. You are right. We cannot let these carnivores roam so close to my mother's remains. Erstmal die Überreste deiner Mutter, äh, zu Grabe tragen. Maybe I might be protecting you in this battle. I found the data. Ach, ich bin so ein starker Magier. Haben die Nester eigentlich noch einen Alpha? Ja. Jetzt darf ich das Nester aber zerstören. Ich bin so ein Package. Ich bin so ein cooles Stoll. Ich bin so ein ignatzen. Ich bin so ein Zu. Das gibt's doch nicht. Ich wäre fast gestorben wegen euch. Guten Abend, Tauran. So. Bam, bam. Muss ich dann Wellen abwehren? Und jetzt begraben wir meine Mutter. Und da kommen schon Wellen von Feinden. Die töten wir jetzt alle. Die töten wir jetzt alle.